Hallo zusammen, ich ist wieder heute, ich bin für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar von den großen Bergungskisten öffnen und dazu war ich schon fleißig, habe wieder ein bisschen was gesammelt. Wir haben hier insgesamt 20 große Bergungskisten, die möchten wir jetzt zusammen einmal aufmachen und ich ziehe euch den Chat raus, dass ihr seht was da so drin ist. Ich brauche mit Magier jetzt noch insgesamt 4 Items, beim letzten Mal hatte ich ja eher weniger Glück, ich hoffe das ändert sich diesmal und ja, ich würde sagen wir starten gleich mal durch. Ja, aus der Bergungskiste kann ja alles mögliche rauskommen von hier Materialien aus der Expansion, die ich jetzt auch schon ein bisschen im Inventar rumliegen habe. Dann gibt es halt diese Upgrade-Items und relativ selten, oh was haben wir hier? Nein, das ist ein Upgrade-Item, quasi diese blauen T-Mock-Sachen. Das sind, soweit ich das gesehen habe, ein komplettes Set, das man sich holen kann. Uh, nice! Und Waffen, da haben wir schon mal einen Zauberstab drin, sehr schön. Hatten wir den zumindest schon mal weg. Das Problem ist, du kannst jetzt den Zauberstab hier nicht mit einem anderen Shark kriegen, sondern die scheinen wirklich klassenspezifisch zu sein. Also sowohl die Items, also ihr seht, da steht dann auch Jäger zum Beispiel dran oder hier Magier und die kriegst du dann nicht mit den anderen Klassen, das ist ein bisschen blöd. So, jetzt hoffe ich, dass ich noch was... Oh, ich habe noch die Handgelenke gekriegt, aber die hatte ich schon. Zumindest, warte mal, was sind das andere Handgelenke? Ah ne, das ist eine Talie. Noch, ich habe zweimal die gleiche Talie gekriegt. Gut, zumindest kriege ich jetzt Items, ne? Wenn ich jetzt noch irgendwas kriegen würde, was ich brauche, so die Handgelenke, Schultern, Schuhe, nicht zweimal die Talie? Okay, sah vom Symbol aus. Oh, nice, schau mal, die Schultern. Jetzt aber, jetzt lachen wir aber richtig rein. Letzte Kiste und Verstärkungsdünge. Ja, diesmal kann ich mich nicht beschweren. Von vier Items zwei bekommen. Sehr schön, jetzt wird das bei dem Magier auch langsam weniger. Und ja, jetzt muss ich wieder ein paar Kisten farmen. Sechs habe ich hier noch rumliegen. Heißt, das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Und sobald ich wieder genug habe, sehen wir uns gerne wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.